Herzlich willkommen in den Räumen der Kieler Antikensammlung. Als Institution der Universität sammeln, erforschen und bewahren wir hier antike Originalwerke und Abgüsse nach antiken Bildwerken. Im Rahmen des Hekatrons würden wir Ihnen gerne fast 40 fotogrammetrisch aufgenommene 3D-Modelle unserer Ausstellungsobjekte und zugehörige Text- und Tondokumente zur Verfügung stellen. Unter dem Motto Transforming Antiquity würden wir aber gerne vor allem mit Ihnen in Kontakt kommen und gemeinsam mit Ihnen das kreative Potenzial unserer Sammlung ausloben.